Das hat es in Deutschland noch nie gegeben und es ist so einfach, meine Damen und Herren, es ist wirklich einfach. Füllen Sie einfach diese Postkarte aus, ab damit in den Briefkasten und Sie sind schon mit dabei. Macht die 80. Stoppen Klenkemann, präsentiere Ihnen Deutschlands neuen Millionär. Kennt ihr uns? Störende Eifersberauch schon, was kommt von mir in der Kette verkauft. Manchmal lohnt es sich, nicht zu sehen. Hey, was soll das? Ich habe den Hunderter gegeben. Das war ein Zehner. Du bist der erste Gast, den ich abkassiere. Oh, du siehst wie hier den Hunderter. Jetzt aus. Fass mich nicht an. Was soll das? Das war mein letztes Geld. Ich hatte nur den Hunderter. Du bist verarscht. Alles okay, ja? Ich will mein Geld zurück. Gut, jetzt! Geht man mir! Der Supermond-Tag auf LTR. Seien Sie leicht dabei, wenn wir dem Gewinner von Deutschland, dem Millionär, eine Million Euro überreichen. Morgen auf LTR. Du hast vergessen, den Müll zu leeren. Tja, 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 tja. Gib einen Zehner weniger. Und vergiss nicht, die Teilnahmekarten einzwerfen. Oh, nein. Und den Menschen kennenlernen, der sein Leben zukünftig in den Saus und Braus verbringen wird. Ich habe es geschafft. Ich bin reich! Steinreich! Ich bin Millionär! Gewonnen! Ich bin unschuldig! Ich habe doch gewonnen! Ich bin Millionär!